Hallo und herzlich willkommen zum Tasty Katie Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich total, dass du mir heute wieder zuhörst, denn heute wartet eine total schöne Interview-Folge auf dich. Und zwar interviewe ich den lieben Jan Rhein in meinem Podcast und ja, es wird um die Themen Blähung und Verdauungsbeschwerden gehen. Und ich bekomme einfach immer so viele Fragen zu dem Thema gestellt und man kann einfach das Thema, gerade sowas hilft gegen Blähung, gar nicht in einem Satz beantworten. Und Jan ist wirklich absoluter Experte in dem Bereich, in dem Thema erkennt sich da sehr gut aus. Er ist auch studierter Ökotrophologe und hat selber auch schon ein Buch geschrieben. Und ja, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Interview. Ja, hallo lieber Jan. Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte einmal vor. Sehr gerne. Also zunächst mal danke Katharina, dass ich hier sein darf. Ich bin Jan, Jan Rhein, 27, wohne in Gießen, bin studierter Ökotrophologe und habe im Herbst 2017 das Buch Das Pupstabu geschrieben, wo es eben darum geht, wie ich meine Blähungen losgeworden bin im Prinzip. Und da geht es so ein bisschen um Verdauung im Allgemeinen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarmsyndrom und im ganz speziellen eben Blähungen. Ja, super. Ja, ich bin total froh, dass du jetzt bei mir im Podcast bist für das Interview, weil gerade das Thema Blähungen und Verdauungsbeschwerden ist ja doch irgendwie was, was fast jeden betrifft und ist bei uns in der Gesellschaft doch irgendwie so ein bisschen so ein Tabuthema. Man spricht nicht gerne drüber. Und möchtest du vielleicht selber einmal ganz kurz erklären, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist und ja, wie du auch dazu gekommen bist, dann ein Buch zu schreiben? Genau, also es kam jetzt nicht so, dass ich irgendwann eine Eingebung hatte, ach, was ist ein gutes Thema für ein Buch? Und da dachte ich an Blähungen, sondern ich hatte leider lange Zeit damit zu kämpfen. Ich hatte mehrere Jahre eben sehr, sehr starke, häufige Blähungen, die auch mein Leben so sehr eingeschränkt haben. Das heißt, es ging von, ja, Zurückgezogenheit über, dass ich irgendwie keine Lust mehr hatte, rauszugehen, hin zu einer Art Depression, in die ich reingefallen bin. Das hatte mehrere Gründe, aber ein Hauptgrund waren eben diese sehr, sehr starken und täglichen Verdauungsbeschwerden, die dann auch zu so einer Ärzte-Odyssee geführt haben. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch, also die Ärzte-Odyssee eben, ich war beim Hausarzt natürlich und dann bei verschiedenen Spezialisten, Gastroenterologen eben. Ich war auch bei Allergologen, bei verschiedensten Ärzten eben. Und im Prinzip lief es dann daraus hinaus, dass mir irgendwann, ja, die Diagnose gestellt wurde. Ich hatte das Reizdarm-Syndrom und damit wurde ich auch sehr kurz angebunden vom Arzt in meinen Alltag entlassen, mit einem Flyer in der Hand. Und er meinte so, ja, damit müssen Sie sich jetzt abfinden, dafür gibt es keine Heilung, das werden Sie jetzt immer haben. Und ich dachte mir so, nee, das kann jetzt auch nicht sein. Und dahingehend oder darauf folgend habe ich mich dann eben sehr, sehr intensiv mit dem Thema Verdauung auseinandergesetzt, habe ganz viele Dinge ausprobiert und im Zuge auch meines Studiums Ökotrophologie eben, wo es ja auch naturgemäß ganz viel um Ernährung geht, mich mit, ja, doch vielen Ernährungsformen auseinandergesetzt, die ausprobiert und dass irgendwann bin ich dann das Problem losgeworden. Und darüber habe ich dann ein Buch geschrieben. Weil ich dachte, diese Problematik gibt es ganz, ganz oft. Mir haben ganz viele Menschen geschrieben, auch nachdem ich bei YouTube und im Blog, den ich mit meiner Partnerin führe, satte Sache. Da hatte ich eben auch einige Artikel veröffentlicht und Videos und darüber gesprochen eben, dass ich doch sehr, sehr starke Probleme damit habe und hatte. Und darauf kam extrem viel Resonanz. Also die meistgeklickten Videos, die sind inzwischen offline, aber das waren eben alle Videos zum Thema Verdauung. Und da habe ich gemerkt, Mensch, da gibt es echt Bedarf auch dran. Und damit, ja, mit diesem Hintergedanken eben bin ich dann an das Buch herangegangen. Und würdest du sagen, dass du die Beschwerden schon immer hattest oder sind sie dann erst plötzlich irgendwann aufgetreten? Also ich würde sagen, die haben immer so in mir geschlummert. Ich hatte immer schon einen Hang dazu, Verdauungsprobleme zu entwickeln, gerade in Stresssituationen. Also man spricht ja auch von vielen Verdauungsproblemen und Verdauungsstörungen, von psychosomatischen Störungen. Das heißt, die Wechselwirkung zwischen Psyche und eben Verdauungstrakt, die man heute auch sehr, sehr intensiv erforscht, die Darm-Hirn-Verbindung und so weiter und so fort. Und gerade wenn es zu Klausuren hinging oder eben in der Schule eine stressige Situation aufkam, da war ich immer derjenige, der dann eben mit Verdauungsproblemen zu kämpfen hatte. Seien es Durchfälle oder eben auch Verstopfung oder irgendwas im Wechsel oder eben Blähungen. Also es kam immer mal wieder, es war aber nie ganz so schlimm. Und schlimm wurde es dann eben erst, ja, in meinen späten Teenie-Jahren und in meinen frühen Zwanzigern. Ja, und wie geht es dir jetzt? Jetzt geht es mir super, danke der Nachfrage. Also ich kann zum Glück wieder alles essen, was ich will. Und das war eben ganz lange gar nicht der Fall. Da musste ich ganz strikt darauf achten, dass ich bestimmte Lebensmittel an einer bestimmten Tageszeit esse oder halt komplett streiche. Und es gab auch eine Zeit, da konnte ich so ganz alltägliche Dinge nicht mehr essen, die ich heute täglich esse eben, wie Obst. Also viele Obstsorten waren eben tabu und auch Nüsse und Samen konnte ich fast gar nicht mehr essen. Ganz viele Getreidesorten, also es blieben so ganz wenige Lebensmittel noch übrig. Und ja, aber heute bin ich zum Glück wieder in der Lage, alles zu essen, wann ich will und was. Ja, total schön. Ja, ich kann auch nur von mir selber sprechen. Bei mir ist es ja auch so, dass das Ganze, was ich jetzt mache, auch mein Blog, das ist ja auch erst dadurch zustande gekommen, dass ich ja auch jahrelang Probleme hatte. Und mittlerweile ist es bei mir eben auch so, dass ich eigentlich fast alles wieder essen kann. Ich ernähre mich zwar weitestgehend pflanzenbasiert und vermeide eigentlich Zucker und auch Gluten. Aber ich kann halt trotzdem auch mal Ausnahmen machen, gerade wenn ich mal eingeladen bin. Das ist einfach total befreiend, auch einfach Leuten zu zeigen, die vielleicht betroffen sind und ja, einfach zu zeigen, dass es auch besser werden kann. Ja, es ist voll befreiend, weil man muss sich vorstellen, das klingt so ein bisschen albern, wenn man sagt, ich hatte Probleme mit Blähungen, weil Blähungen sind was, das kennt jeder. Ja, und da habe ich auch oft gehört von Menschen, die haben das bestimmt nicht böse gemeint, aber haben dann so gesagt, Mensch, ist doch nicht schlimm, dann pupst du doch einfach so. Ja, und ich habe dann aber gesagt, nein, also so ist es halt nicht. Es ist nicht normal so. Also ich meine, wenn du bis zu 80 oder 100 Mal am Tag Gase ablassen musst, dann ist das halt eben nicht mehr normal und dann schränkt das auch deinen Alltag ein. Und es ist so befreiend, wenn man dann an einen Punkt kommt, wo man eben wieder alles essen kann, dann merkt man auch, wie stark der Einfluss eben des Verdauungstraktes auf das allgemeine Wohlbefinden ist. Und deshalb finde ich es eben auch schön, von dir zu hören und von anderen Leuten zu hören, wenn es denen eben besser geht und die das Leben dann wieder genießen können. Ja, ich meine, gerade bei diesem Reizdarmsyndrom, da kommen ja noch so viele andere Faktoren auch dazu. Und ich weiß auch von mir selber, also bei mir war es vor allem eben Durchfall auch und wenn man auch unterwegs sowas vorhat, das ist einfach total unberechenbar und man fühlt sich einfach die ganze Zeit unwohl und hat auch Angst. Und ich kann das bei jedem auch nur so gut nachvollziehen, gerade wenn ich Leute auch in der Beratung habe und die stecken dann auch so mittendrin und haben so irgendwie jede Hoffnung aufgegeben. Ja, ich habe da mal total viel Mitgefühl und das ist so schön, weil wir können da eigentlich Hoffnung machen, weil wir das ja beide auch so durchgelebt haben, dass es auf jeden Fall besser werden kann. Ja, absolut. Also das Reizdarmsyndrom, finde ich auch immer spannend, ist ja eine klassische Ausschlussdiagnose, wie es so viele in der Medizin gibt. Das heißt, es gibt kein klares symptomatisches Bild, sondern es werden eben andere Erkrankungen, organische Erkrankungen ausgeschlossen. Und dann kommt man eben zu diesem Reizdarmkomplex. Da spielen dann Dinge wie Psyche rein und andere Dinge, die man eben Stand heute noch nicht erklären kann. Aber ich bin mir sicher, dass man da in der weiteren Forschung oder mit weiterer Forschung an einen Punkt kommt, wo man besser zumindest viele Dinge kategorisieren kann, die heute noch unter dem Reizdarmsyndrom laufen, weil es eben auch eine blöde Diagnose ist, wenn man im Prinzip gesagt bekommt, wir wissen nicht, was wir jetzt tun sollen. Und wenn das der Gastroenterologe sagt, dann ist man schon verzweifelt. Und es ist schön, wenn du dann auch ein Vorbild dafür bist, zu sagen, nee, es kann auch besser werden und es wird auch besser. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir war zum Beispiel total ausschlaggebend dieser Candida-Pilz. Also ich war zwar bei allen möglichen Gastroenterologen und hatte irgendwie eine Darmspiegelung, Magenspiegelung. Und es wurde nach allen möglichen geguckt, aber es hat keiner mal so eine richtige Stuhlanalyse gemacht, um mal nach der Darmflora-Besiedlung zu gucken. Und da ist eben auch dann dieser Candida-Pilz rausgekommen. Und als ich dann wirklich mal eine Zeit lang auf alle möglichen Arten von Zucker verzichtet habe, dachte ich mir wirklich nur so, oh mein Gott, Halleluja, es kann ja auch total anders sein. Ja, in der klassischen Medizin, sage ich mal, wenn man da sich mit dem Thema auch Candida auseinandersetzt, das habe ich auch gemacht, aber vor allem auch meine Partnerin, die Laura, die hatte das nämlich auch. Und da sieht man, dass die Kandidose häufig in diese Schiene gesteckt wird. Das tritt auf, wenn das Immunsystem geschwächt ist, viel bei HIV-Patienten, viel bei Patienten, die eine Chemotherapie hatten. Dann wird das relevant für die, sage ich mal, traditionelle Medizin oder für die vielmehr Schulmedizin. Aber es gibt auch so Fälle, wie es jetzt dann bei dir wahrscheinlich war, wenn so eine latente Kandidose vorherrscht. Also so einfach eine, vielleicht jetzt nicht ganz krasse, aber eine Überbesiedlung eben von Candida-Pilzen. Dann kommt es eben auch zu Symptomen und das wird häufig gar nicht erkannt oder da wird auch gar nicht nachgeschaut. War bei mir auch so. Also es hat keinen interessiert, sowas. Könntest du vielleicht mal, wenn wir jetzt gerade nochmal zurück zum Thema Blähungen kommen und mir dabei einmal ganz kurz bleiben, könntest du vielleicht gerade einmal ganz kurz erklären, ich meine, was Blähungen sind. Ich glaube, das wissen die meisten, aber wie Blähungen eigentlich wirklich zustande kommen. Genau, also der eine, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist verschluckte Luft. Das ist so, kann man sich auch ganz gut erklären, wenn man Luft verschluckt, sei es über Getränke, über den Schluckvorgang, wo man immer auch Luft mit unterschluckt, gelangt eben Luft in den Magen und vom Magen entweder geht die wieder nach oben und dann stößt man auf. Kennt man auch, wenn man gerade was kohlensäurehaltiges getrunken hat, dann stößt man eben auf. Aber da der Zwingter zwischen Magen und eben Speiseröhre, der lässt jetzt nicht die komplette Luft dann wieder raus, sondern dann wandert die restliche Luft, die dann noch im Magen ist, wandert mit dem Nahrungsbrei durch den Darm, dann den Dickdarm und dann von dort aus eben hinten raus. Das wäre der eine Punkt, also der eine Grund für Blähungen. Verschluckte Luft entsteht auch häufig bei Cholerikern und bei psychischen Erkrankungen, wo eben nachgewiesenermaßen deutlich mehr Luft verschluckt wird, als jetzt bei einem normal gesunden Menschen. Und der zweite Hauptgrund, und das ist der Grund, oder das ist der Hauptgrund, ist eben die Aktivität unserer Darmflora. Du hast es eben schon ein paar Mal angesprochen, wir haben ganz viele Bakterien in unserem Darm. Keiner weiß so genau, wie viele da überhaupt sind, aber es sind sehr, sehr, sehr viele und wahrscheinlich auch mehr als Menschenzellen. Und die sitzen dort und die warten darauf eben, dass wir Dinge durchlassen zu ihnen in den Dickdarm, die wir wiederum im Dünndarm nicht aufgenommen haben. Primär sind das Ballaststoffe, aber es können auch andere Sachen sein, wie Einfachzucker oder auch von mir aus Zweifachzucker, je nachdem, wie gut man eben verdaut. Und diese kleinen Darmbakterien, die zersetzen dann die Ballaststoffe zu einem gewissen Teil und dabei entstehen Gase und diese Gase spüren wir dann als Blähung. Ja, und ich kann mir vorstellen, vielleicht gerade dieses Luftschlucken, wenn man ganz viel durch den Strohhalm dringt, dann passiert sowas ja auch, oder? Genau, also Strohhalm ist auch so ein klassisches Beispiel, dass man immer dann nimmt, wenn jemand Blähungen hat oder auch aufstoßen, wo man sagt, trink mal ein bisschen weniger aus dem Strohhalm. Auch Kaugummi kauen, wie gesagt, so cholerisches Verhalten, viel Schreien. Aber auch sowas, das finde ich auch interessant, eine falsche Atmung. Also einfach, wenn man sehr, sehr flach atmet, sehr, sehr hastig und gerade beim Sport und so, dann verfällt man oft in so eine ganz flache Atmung. Irgendwann geht es auch nicht mehr anders. Also wenn man jetzt sprintet und so, dann kann man keine Bauchatmung wirklich machen. Aber man soll im Alltag vor allem darauf achten, schön tief in den Bauch zu atmen und kontrolliert und nicht so eine ganz flache Atmung, weil dann passiert es eben auch häufiger, dass man mal Luft verschluckt, weil man muss halt sehen, also Luft- und Speiseröhre sind ja Nachbarn und da passiert es eben ganz, ganz schnell, dass mal Luft verschluckt wird und eben die Speiseröhre dann runter in den Magen kommt. Ja, das mit dem Atmen, das finde ich immer selbst total spannend, auch dass es so große Auswirkungen hat. Aber ich kann das auch nur für mich selber sagen. Ich bin ja mittlerweile selber auch Yoga-Lehrerin und beobachte das auch ganz viel in den Kursen, dass die Leute oft total falsch atmen. Also gerade bei Frauen, finde ich, ist es auch so ein Grundproblem, dass die meisten immer nur hauptsächlich in den Brustkorb atmen und gar nicht so tief in den Bauch. Und wenn, dann genau andersrum. Das heißt, wenn sie einatmen, geht der Bauch rein, wenn sie ausatmen, geht der Bauch raus. Und das ist halt eigentlich genau verkehrt herum. Und das kann wirklich auch große Auswirkungen haben. Und das finde ich einfach so spannend, dass man mit dem Atmen da so viel machen kann. Ja, absolut. Das hat mir auch geholfen. Ich habe dann immer so eine kleine Atemübung gemacht, wo ich mich einfach auf den Rücken gelegt habe. Und dann so, weil am Anfang kann es echt schwer sein, kontrolliert den Bauch zu atmen, weil man es gar nicht mehr so gewohnt ist. Und da habe ich einfach so die Hände auf den Bauch gelegt und dann mich darauf konzentriert, wirklich so die Hände gegen die Decke zu atmen, sozusagen. Und da kann man das auch ein bisschen lernen. Und dann irgendwann geht es in Fleisch und Blut über und das tut einfach gut. Ja, ich finde es total super, dass du gerade das mit dem Kaugummi kauen angesprochen hast. Weil ich habe nämlich zum Beispiel auch wirklich immer den ganzen Tag Kaugummi gekaut und wäre natürlich nicht im Leidesten auf die Idee gekommen, dass das was damit zu tun haben könnte. Und mir hat auch kein Gastroenterologe auf der Welt mal gesagt, kann man so weniger Kaugummi. Und ja, das ist irgendwie total verrückt. Und beim Kaugummi, gut, dass du es ansprichst, haben wir eben mehrere Faktoren. Wir haben einmal Zuckeralkohole, die oft drin sind, Sorbitol und so weiter. Die werden von vielen Menschen eben auch nicht vertragen in einer höheren Menge. Oder man hat sowas drin wie Xylit, was ja eigentlich eine ganz gute Zuckeralternative ist, aber eben auch zu Blähungen führen kann oder zu Durchfällen. Und dann hast du eben nochmal den Punkt mit der Atmung oder Luft verschlucken. Wenn du Kaugummi kaust, manchmal merkt man es sogar selbst, wenn man gerade so hastig kaut, dann verschluckt man eben mehr Luft als sonst. Und das führt dann natürlich auch zu Verdauungsproblemen. Ja, ich glaube auch, dass diese ganzen Süßstoffe auch ein Riesenproblem sind. Aber ab wann würdest du denn jetzt sagen, wenn man jetzt gerade von dem Thema Blähungen sehr stark betroffen ist, ab wann sollte man sich da wirklich Gedanken machen und ab wann ist es wirklich bedenklich? Also auch da so in der Literatur findet man so Zahlen von 15 bis 25 Blähungen oder Flati oder Flatusse pro Tag, also Darmwinde im Prinzip. Und da geht so die Schulmedizin nach und sagt alles, was darüber liegt, wäre dann schon ein Grund, um mal drauf zu schauen. Und ich sage eher, also wenn man sich gesund ernährt, ballaststoffreich und so, dann pupst man generell schon mal öfter als jetzt der Normalbürger, der ganz wenig Ballaststoffe isst, weil Ballaststoffe eben die Nahrung unserer Darmbakterien sind. Und von daher würde ich eher sagen, also wenn es wirklich anfängt, über einen längeren Zeitraum, mehrere Wochen, das Leben einzuschränken. Also wenn man sich gehäuft einfach Gedanken darüber macht und in so eine Art Negativspirale kommt. Man macht sich mehr Gedanken darüber, man bemerkt so, okay, irgendwas stimmt nicht, dann macht man sich mehr Gedanken. Durch den Stress macht man es vielleicht noch schlimmer, dann pupst man noch öfter und hat noch mehr Blähungen. Und wenn es dann anfängt, dass es auch Schmerzen bereitet und wie gesagt, man irgendwie nicht mehr raus will und sich vielleicht beim Sport schämt, weil da kann man es auch nicht immer kontrollieren und dann passiert es da öfter und man merkt, man wacht schon mit einem Blähbauch auf. Und das geht halt über mehrere Tage nicht weg. Dann würde ich es auf jeden Fall beobachten und dann auch mal zum Arzt gehen. Und auch wenn ich jetzt gesagt habe, viele Ärzte haben es eben nicht gesehen, aber es gibt natürlich auch Ärzte, die darauf spezialisiert sind, die sowas auch erkennen und ernst nehmen. Und es gibt aber auch ganz gute Heilpraktiker, die das machen. Und es gibt auch Ernährungsberater und so weiter. Also man sollte sich dann schon vielleicht Hilfe holen und das einfach mal beobachten. Ja, ich glaube, jeder merkt das schon irgendwie auch selber. Ab wann fühlt er sich wohl und ab wann fühlt er sich überhaupt gar nicht mehr wohl und wann stört es wirklich und es ist vielleicht auch schmerzhaft. Und ich meine, eine gewisse Anzahl an Blähungen am Tag ist ja auch total normal. Also ich hatte auch mal jemanden in der Beratung, da war alles komplett tot. Ich meine, da kam auch noch Verstopfung dazu, aber da hat sich wirklich gar nichts mehr getan. Und das ist auch nicht gesund. Also von daher, wenn man so und so oft am Tag irgendwie mal Blähungen hat, ist das auch total normal. Genau. Deshalb, also solange es einen nicht belastet und da ist halt jeder individuell, ist, würde ich sagen, alles gut. Und vor allem immer daran denken, je mehr Ballaststoffe automatisch, desto eher hat man Blähungen. Und das ist einfach so. Und das ist eigentlich auch ein Zeichen einer guten, gesunden Verdauung. Also bis zu einem gewissen Maß. Und da ist es auch wie bei allem, das Maß macht es dann im Endeffekt aus. Und da ist aber die Schwelle ist halt sehr, sehr individuell. Es gibt Menschen, denen macht das dann nichts aus, wenn es 50 Mal am Tag ist. Und die wissen, ja, ich esse halt 90 Gramm Ballaststoffe am Tag. Und dann ist es halt jetzt bei mir so. Und andere wiederum, die haben dann viel, viel früher damit zu kämpfen. Ich finde, man sollte auch immer ein bisschen auf die Begleitsymptome schauen. Also wenn der Geruch beispielsweise sehr, sehr intensiv und sehr, sehr übel riechend ist, dann kann man das auch mal beobachten mit einem Ernährungstagebuch oder so. Also was isst man und was könnte diesen Geruch verursachen? Da spielen häufig so schwefelhaltige Verbindungen eine Rolle. Aber auch so Buttersäure und so ein Kram, die dann eben gebildet werden im Darm. Und ansonsten auch sowas wie, wenn man permanent abgeschlagen ist oder wie du eben angesprochen hast, wenn dazu Durchfälle kommen oder sowas krasseres wie Blut im Stuhl, dann definitiv auch eher zum Arzt. Weil ich will jetzt keine Panik verbreiten, aber häufige Blähungen können auch ein Begleitsymptom von schwereren Erkrankungen sein. Also das einfach beobachten. Aber in den allermeisten Fällen kann man mit der Ernährung und mit dem Lebensstil schon super viel machen. Ja, ich finde es auch immer gar nicht so verkehrt, mal zu einem Gastroenterologen zu gehen und einfach mal abklären zu lassen, vielleicht mal eine Darmspiegelung machen zu lassen, um einfach festzustellen, dass einfach organisch da alles in Ordnung ist und man nicht irgendwie eine schwerwiegende, vielleicht grundschutzendliche Darmerkranke oder sowas hat. Und allein für die Psyche, ich weiß das von mir selber auch noch, das macht auch was aus und man einfach weiß, da ist soweit alles in Ordnung. Ja, ja, absolut. Also vielleicht, um da auch nochmal so anzuknüpfen, ich hatte es letztens mal angesprochen an einer anderen Stelle und dass sich auch zu der Zeit sehr, sehr starke hypochondrische Züge bei mir gezeigt haben. Also ich bin auch so, sage ich mal, bekennender Hypochonder. Ich mache mir eher mehr Gedanken als der Durchschnitt um meine Gesundheit und interpretiere auch sehr, sehr viel über. Ja, und das würde ich auch sagen, da dann auch darauf achten, dass man das jetzt bei so einem harmlosen, in Anführungszeichen, Symptom wie Blähung nicht macht. Also das Allermeiste, ich will es nochmal sagen, kann man auf die Ernährung zurückführen, da ist in den allermeisten Fällen nichts. Erst wenn so Begleitsymptome dazukommen und die merkt man dann auch wirklich, dann sollte man mal eher zum Arzt auf jeden Fall und das mal durchchecken lassen, wie du gesagt hast, Darmspiegelung und der Arzt weiß eben, was dann zu machen ist bei Symptomen wie Blut im Stuhl, raschem Gewichtsverlust und so weiter. Aber ansonsten ruhig bleiben und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, und was würdest du jetzt sagen, was kann man denn wirklich aktiv gegen Blähungen tun? Wahrscheinlich ist das so irgendwie die meistgestellte Frage, die du jemals in deinem Leben bekommen hast. Genau, und dazu fällt mir so ein Zitat ein, das geht auf verschiedene Autoren zurück, aber da heißt es so, simple Antworten sind meistens falsch, um es ganz kurz auszudrücken. Und auf diese Frage, also da gibt es ganz viele Antworten und ich versuche, also ich hatte jetzt ein paar Interviews auch schon gegeben nach diesem Buch, nach der Buchveröffentlichung und so und jedes Mal habe ich gemerkt, gebe ich andere Antworten. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwas vergesse, sondern es gibt einfach so viele Strategien, wie man damit umgehen kann und ich habe es ja schon mehrfach angesprochen, und es ist eben ein sehr individuelles Problem einerseits mit vielfältigen Ursachen und andererseits ist es auch, es hängt auch ein Stück weit davon ab, wie viel man denn bereit ist zu tun selbst. Klar, die einfachste Methode ist, und das wird auch in der Schulmedizin häufig gemacht, man geht zum Arzt, sagt, ich habe Blähungen, der Arzt sagt, alles klar, nimmt den Zettel raus für ein Rezept und schreibt Iberogast und die ganzen anderen Mittel auf, die es so gibt im Markt. Dann geht man in die Apotheke, nimmt das, irgendwie ein bisschen hilft es, aber nach einiger Zeit ist man wieder an Punkt A und hat wieder Blähungen und hat wieder die Probleme. Das heißt, also man muss auf der einen Seite sehen, okay, ich muss selbst handeln und ich muss proaktiv auch sein und meine Gesundheit in die eigene Hand nehmen und auf der anderen Seite kann ich jetzt auch nur einen Ausschnitt der ganzen Strategien und Tipps geben in diesem Podcast jetzt, die es eben so gibt. Und da fällt mir zum einen natürlich ein Ernährungstagebuch führen, das ist der wahrscheinlich meist gehasste Tipp, den man so in der Ernährungsbranche geben kann, weil es so ein bisschen aufwendig ist und damit meine ich eben so ein Ernährungsprotokoll führen, es erfordert halt einfach Zeit, ja, man muss sich hinsetzen, die ganzen Mahlzeiten des Tages aufschreiben, am besten möglichst genau, sowohl wann gegessen und auch, was die beinhalten. Also jetzt nicht nur hinschreiben, irgendwie Nudeln mit Soße, sondern am besten welche Art von Nudeln, Vollkornnudeln mit Tomatensauce, was ist in der Tomatensauce, wenn es jetzt was Spezielles ist, was jetzt über diese normalen Zutaten hinausgeht und dann eben noch aufschreiben, wie es einem danach geht. Und da würde ich auch empfehlen, nicht irgendwie eine Viertelstunde nach dem Essen das aufschreiben, sondern einige Stunden danach, weil man muss sehen, so die Magenverweildauer alleine, das kann bis zu acht Stunden reichen, bis die Nahrung überhaupt im Dünndarm ankommt und von daher macht es halt keinen Sinn, irgendwie eine Viertelstunde nach dem Essen das aufzuschreiben. Und ich finde, das Ernährungsprotokoll ist schon mal eine gute Basis, dass man einfach beobachtet, wann geht es mir gut, wann nicht. Dann bildet man automatisch so eine Achtsamkeit auch aus, die die Ernährung betrifft und so den eigenen Körper. Und ansonsten gibt es eben so viele Tipps. Also du hast es angesprochen, man kann aufhören, Kaugummi zu kauen. Also wenn es wirklich akut ist, würde ich aufhören, Kaugummi zu kauen oder drastisch reduzieren. Ich würde auch den Kaffeekonsum reduzieren. Ich würde auch die kohlensäurehaltigen Getränke reduzieren. Und das wären jetzt so die ganz einfachen Basics. Dann natürlich, das macht aber wahrscheinlich jeder, also es gibt ja blähende Lebensmittel, Zwiebeln, verschiedene Kohlgemüse, Bohnen, Linsen. Nicht jetzt im Überfluss essen, aber die würde ich auch nicht komplett streichen, weil es gibt bei Bohnen gerade und bei Linsen auch so einen Gewöhnungseffekt. Also irgendwann gewöhnt man sich eben an Hülsenfrüchte und verträgt die in der Regel gut. Es gibt auch Ausnahmen. Also manche Leute vertragen die einfach gar nicht. Das liegt dann aber meistens an so Stoffen wie Lektin und so, die auch noch da drin sind. Also das wäre noch eine Idee. Und dann eben, wie gesagt, den Körper beobachten, an der Atmung arbeiten, Stress abbauen, auf den Schlaf achten. Also dieses Gesamtpaket einfach nicht nur die Ernährung anpassen, sondern auch so den Lebensstil genug bewegen. Nicht nur sitzen, weil auch diese sitzende Haltung, die schränkt natürlich auch so den Verdauungstrakt ein. Wenn man nur sitzt, dann verkrümmt sich vor allem so der untere Teil des Verdauungstraktes. Da gerade der Dickdarm und der Enddarm, also auch wo einige Darmbakterien sitzen oder die meisten, das macht natürlich auch Sinn. Und dann ist es eben ganz individuell. Ich habe jetzt letztens nochmal eine ganz aktuelle Studie gelesen, die hat, beziehungsweise es war ein Review-Artikel, der hat viele Studien ausgewertet. Und da ging es darum, man hat untersucht, welchen Einfluss Intervallfasten auf das Darmmikrobium hat, unter anderem. Und da wurde eben gezeigt, dass eine Form des Intervallfastens, sei es jetzt dieses 16 zu 8 Fasten, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen, hat wohl einen positiven Einfluss auf die Darmbakterien oder auf das Darmmilieu und kann eben auch Blähungen entgegenwirken. Und das fand ich auch sehr spannend. Aber es ist auch ganz individuell. Manche Leute können das einfach nicht. Also die kommen mit diesem Intervallfasten nicht klar. Und wie gesagt, also das wären jetzt so die Tipps, die mir jetzt spontan einfallen. Ja. Ja, also 16 Stunden hat mir zum Beispiel überhaupt gar nicht wirklich gut getan. Da tut mir auch jetzt noch nicht sonderlich gut. Aber ich habe herausgefunden, so 12 bis 14 Stunden sind am allerbesten, wenn ich da über Nacht dem Darm so ein bisschen Pause gebe. Und das kann ja jeder für sich einfach selber ausprobieren. Genau. Also ich finde da auch wichtig, in der Nacht, das wissen ja alle so, repariert der Körper sich ganz viel. Und in der Nacht repariert der Körper auch natürlich Darmstrukturen. Also die Schleimhäute und so, die werden natürlich angegriffen. Jeden Tag kommt da so viel Nahrung durch, dass ich finde das immer wieder verblüffend, wenn man sich vorstellt, wie viel Nahrung und Flüssigkeit einfach jeden Tag durch den Darm gedrückt werden. Und da tut es einfach gut, wenn man eine Ruhephase hat. Und wenn man überlegt, dass wenn man schläft, fastet man ja auch gleichzeitig. Und diese förderlichen Prozesse, die der Reparatur, die im Schlaf eben passieren, die kann man zu einem gewissen Teil auch durch Fasten nachahmen. Das heißt, wenn man eben beispielsweise vor dem Schlafen gehen, nicht mehr irgendwie eine Stunde davor unmittelbar noch das Abendessen isst, dann hilft das eben schon. Oder wenn man nach dem Aufstehen vielleicht nicht direkt isst. Und wie du es jetzt machst beispielsweise, dass man zwölfstündiges oder vierzehnstündiges Fastenfenster hat, ist auch super. Und da muss eben jeder so ein bisschen das finden, was einem gut tut. Ja, ich glaube, da sollte man auch einfach so ein bisschen experimentieren. Und jeder muss da für sich auch ausprobieren, was funktioniert denn am besten auf den eigenen Körperhörn und da ruhig mit dem Lebensstil, mit dem Alltag, mit der Ernährung einfach ein bisschen zu experimentieren und keine Angst zu haben. Ja, absolut. Und vor allem eben ruhig bleiben auch. Das war bei mir, glaube ich, ein ganz großer Faktor, dass ich mich da durch die Hypohondrie direkt reingesteigert habe in alles Mögliche und habe dann auch so eine, das lief leider zeitgleich, eine Essstörung ausgebildet. Also das war dann, aber das ist auch wohl ein Phänomen, das beobachte ich auch bei vielen Leuten, die mir schreiben, die eben, also das kommt oft zusammen, dieses Essstörung und Verdauungsprobleme. Und da weiß man auch nicht genau, sind die Verdauungsprobleme eine Folge der Essstörung oder ist die Essstörung eine Folge der Verdauungsprobleme, weil man eben gefühlt nichts mehr verträgt und dann denkt man, ach, ich bin todkrank und dann bildet man eventuell noch eine Essstörung aus oder so. Also das ist auch immer so ein Ding, wo ich sage, also am besten so plumpsklingend ruhig bleiben und versuchen eben so den Lifestyle anzupassen, die kleinen Stellschrauben zu drehen, weil damit kann man ganz viel machen, auch Gewürze und Kräuter einbauen, so Kreuzkümmel, Fenchelsamen, Anis, also das, was man so kennt, dann Kamillentee und vielleicht, wenn man eben, es gibt eben viele Leute, die auf Kaffee ungünstig reagieren, sage ich jetzt mal, und das dann echt mal sein zu lassen und dann vielleicht auch mal Alternativen zu suchen, es gibt ja ganz viele Sachen, Guarana und so weiter, es sind jetzt, werden Dinge, die ein bisschen anders wirken, die haben zwar auch Koffein, das Koffein wird aber anders aufgenommen, weil es eben noch an andere Stoffe gebunden ist und nicht wie im Kaffee so relativ schnell verfügbar, da vielleicht mal durchprobieren und dann seinen Weg finden. Ja, ich finde es total spannend, dass du das mit der Essstörung gesagt hast, weil ich beobachte das nämlich selber auch, dass das wirklich einen Zusammenhang hat von Magen- und Darmbeschwerden und einen Zusammenhang eben, die mit der Essstörung stehen. Ich meine, bei mir war es jetzt damals keine Essstörung, aber es waren halt ständige Ängste vor irgendwie allem Möglichen und auch Leute, die sich an mich wenden, da beobachte ich schon, dass da oft auch eine Essstörung irgendwie im Hintergrund steht, die eben da eine große Auswirkung hat und ich glaube, das steht halt einfach dadurch auch im Zusammenhang, weil man hat vielleicht Angst vor bestimmten Lebensmitteln oder möchte die halt irgendwie nicht zu sich nehmen und man schränkt einfach den Speiseplan immer mehr ein und lässt ganz viele Dinge weg und man weiß ja mittlerweile auch, dass für eine gute, eine gut besiedelte Darmflora ist einfach eine große Auswahl an verschiedenen Lebensmitteln einfach total wichtig. Ja, absolut und man weiß auch aus zahlreichen Studien, die habe ich auch im Buch angerissen, es gibt aber viel, viel mehr noch und das ist auch sehr, sehr spannend, dieses Themengebiet ist eben die Psychosomatik von Verdauungsbeschwerden, insbesondere Blähungen und man weiß eben, dass Angststörungen, aber auch andere Depressionen, cholerisches Verhalten, aber auch sogar Dinge wie geistige Behinderungen zu Blähungen führen können, aus verschiedenen Gründen, man weiß es auch noch nicht genau, wie das funktioniert, Stress ist natürlich der Faktor überhaupt, bei so, so vielen Dingen und auch in Bezug zu Verdauungsbeschwerden, nicht nur Blähungen, sondern auch ganz viele andere Dinge und da ist es auch wichtig, ein Augenmerk drauf zu haben, auf die psychische Gesundheit und nicht nur versuchen, über die Ernährung das zu regeln, weil das wird früher oder später nicht funktionieren. Ja, auf jeden Fall, also ich meine, der Darm, generell, da muss es einfach einen Zusammenhang mit dem Gehirn geben, weil der Darm hat ja noch viel mehr, der hat so viele Nervenzellen, mehr Nervenzellen als im Rückenmark und da muss es einfach einen Zusammenhang geben. Absolut, und der Darm hat ja ein eigenes Nervensystem und das ist auch so krass, wenn man das überlegt, dass er im Prinzip autonom funktioniert, also im Prinzip könnte er, also es gibt ganz viele Verbindungen zum Gehirn und zum restlichen Nervensystem des Körpers, aber prinzipiell diese ganze Motilität, also dieses Zucken der Muskelzellen des Darms, das funktioniert vollautomatisch, also niemand macht sich ja Gedanken, ach, jetzt muss ich nochmal den Darm anspannen, damit das Essen weiter runterrutscht, sondern es funktioniert einfach und das ist auch sehr, sehr spannend und auch da also die Forschung, die steckt in den Kinderschuhen, ich finde, man kann sich ganz viel von traditionellen Völkern abschauen, die viel mit Gewürzen machen und Kräutern und so, man kann sich auch viel, ganz viel aus den Entspannungstechniken wie Yoga, aber auch anderen Dingen abschauen, die schon seit jeher auf die Verdauung schauen und darauf, wie Körper, Geist, Verdauung, wie das so zusammenhängt, und wie diese Symbiose aus Bakterien und eben Menschenzellen möglichst positiv funktionieren kann. Ja, du hattest es in dem Buch ja auch ganz schön beschrieben zum Thema Sport, dass du ja auch immer sehr, sehr extrem Sport getrieben hast, da extreme Sachen gemacht hast. Ja. Ich kann das von mir selber auch beobachten, seitdem ich einfach noch mehr Entspannungstechniken oder auch mehr Yoga in mein Leben integriere oder vielleicht statt irgendwie dem ständigen Joggen auch mal eher spazieren gehe, seitdem geht es mir einfach sehr viel besser. Ja, absolut. Also das war auch Teil der Essstörung, Schrägstrich Sportsucht, dass ich eben sieben Tage die Woche laufen war, nie unter zwölf Kilometer täglich und eben relativ viel. Und das kann man ja machen, es gibt Leute, die laufen jeden Tag, also im Prinzip geht das, nur dann muss man halt auch genug essen. Und dann kam eben das andere. Und das war dann so ein Teufelskreis und das war eben, ja, dieses teuflische Trio, was dann auch diese ganzen Probleme ausgelöst hat. Ich glaube, das ist aber wirklich gut, dass wir das einfach mal ansprechen, weil ich glaube, so vielen ist das überhaupt gar nicht bewusst, was das einfach für Auswirkungen auf die Verdauung haben kann. Ja. Ja. Ja, und ich bin auch immer selber ein großer Fan von Gewürzen, weil du beschreibst ja selber auch, dass die total gut bei Belehungen helfen können. Könntest du vielleicht einfach selber mal ein paar von deinen Lieblingsgewürzen nennen, die super bei Belehungen helfen? Ja. Also mein Lieblingsgewürz, das kommt daher, dass ich brasilianische Wurzeln habe. Meine Mutter ist Brasilianerin und ich liebe ihr Essen und ich liebe das Essen meiner Oma. Und die beiden würzen alles mit Kreuzkümmel. Also Kreuzkümmel, Kumin, das ist in Brasilien, in Südamerika, aber auch in Asien ein ganz wichtiges Gewürz. Und das findet man in ganz vielen Dingen, auch in Falafel und so, also was wir auch heute hier gerne essen. Dinge, die aus dem Orient kommen, aber auch aus Teilen Afrikas und eben Südamerika. Und Kreuzkümmel hat eben sehr, sehr positive Eigenschaften auf den Verdauungstrakt, insbesondere bei der Prävention eben von Blähungen. Und deshalb setze ich das Gewürz täglich ein. Also ich würde empfehlen, vielleicht nicht mit einem ganzen Esslöffel da einzusteigen, sondern sich ranzutasten. Es hat nämlich ab einem gewissen Grad auch einen starken Eigengeschmack. Aber trotzdem passt es super zu herzhaften Gerichten. Das wäre so Tipp Nummer eins. Dann zweitens, klar, Anis. Also das kennt man auch. Gibt es hier an jeder Ecke in Deutschland auch. Kann man sich ganz leicht kaufen, kann man auch super verwenden in der Küche. Ingwer, also ich glaube, Ingwer kennt auch inzwischen jeder. Ist jetzt auch so ein bisschen so Trend, so Ingwer-Shots und Ingwer-Wasser machen. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Wenn ich alle paar Monate mal so einen Koffein-Entzug mache, dann trinke ich morgens eben sehr gerne Ingwer-Wasser mit Zitrone. Und auch Zitrone kann der Verdauung helfen. Habe ich dann auch erst in der Recherche zum Buch so rausgefunden. War mir auch gar nicht so bewusst, weil ich erst dachte, boah, ist so sauer und irgendwie, vielleicht ist das gar nicht so gut. Aber doch. Und genau, Fenchelsamen, aber auch der Kümmel, den man hier so kennt, also nicht der Kreuzkümmel, so das Kumin, sondern eben der Kümmel, den man hier so findet. Und auch sowas wie Basilikum. Also im Prinzip kann man mit Kräutern und Gewürzen nichts falsch machen. Bei Zimt, das wäre die Ausnahme, die mir spontan einfällt, würde ich darauf achten, dass man keinen Cassia-Zimt kauft, sondern Chalon-Zimt, weil der hat eben weniger Kumarin. Und Kumarin steht im Verdacht, krebserregend zu sein und so weiter und so fort. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Also am besten Bio-Chalon-Zimt, weil Zimt eben auch positive Eigenschaften auf den Verdauungstrakt haben kann, insbesondere Blähungen, genauso wie Kardamom und ganz viele andere. Also im Prinzip alles, was so die Kräuter- und Gewürzregale der Welt hergeben. Ja, Gewürze finde ich total spannend und ich kenne das selber auch erst so richtig seit meiner Ayurveda-Ausbildung. Seitdem integriere ich selber auch so ganz viel Gewürze in meine Ernährung und habe seitdem totalen Unterschied auch in meiner Gesundheit gemerkt. Und das Spannende ist, im Ayurveda sagt man auch, dass sich Gegensätze ausgleichen. Das heißt, wenn man zum Beispiel was sehr schwer Verdauliches hat, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, dann ist es eine Grundvoraussetzung, dass man die mit was leicht Verdaulichem beziehungsweise mit etwas kombiniert, was die dann auch ein bisschen leichter verdaulich macht, wie zum Beispiel, dass man an Hülsenfrüchte ein bisschen was von einem Kreuzkümmel gibt und man würde da nie einfach nur irgendwie Kichererbsen servieren, ohne dann noch was anderes dran zu machen. Hülsenfrüchten fällt mir auch ein, also die Einweichen vorm Kochen eben und gut spülen, weil allein durch das Spülen kann man schon ein paar der unverdaulichen Kohlenhydrate, die da dran sind, eben aus diesem Schalenteil und so weiter entfernen und auch das Einweichen hilft und eine ausreichend lange Kochzeit, dass die wirklich gar sind und ich kenne das von mir selbst, so früher habe ich die oft gekocht und wusste gar nicht so, ja wie lange brauchen die jetzt und dann habe ich irgendwann abgestellt und die waren noch so ein bisschen fest und da ist halt kein Wunder, dass man das nicht so gut verträgt und genau und wenn man sie eben kauft und jetzt nicht selbst kocht und so, dann eben absolut würzen, aber das Würzen würde ich halt immer machen, also immer Kumin dran und ich finde Kumin passt halt auch echt zu allen möglichen Hülsenfrüchten, mir fällt jetzt auch nichts ein, wo das irgendwie nicht passen würde und das kann man auch immer ein bisschen Ingwer dazu machen oder sonst irgendwas. Ja, du hattest ja zu Beginn auch schon gesagt, dass bei Hülsenfrüchten ist halt irgendwie auch das, was die meisten irgendwie Blähungen in Verbindung bringen, dass wenn man jeden Tag eine kleine Portion Hülsenfrüchten zu sich nimmt, dass es dann mit der Zeit, dass sich der Darm ein bisschen dran gewöhnt und dass es dann auch besser werden kann. Genau, das habe ich bei mir beobachtet und lustigerweise habe ich dann während der Recherche eine Studie gefunden, die hat eben genau das auch gemacht, also sie haben im Prinzip Probanden in Gruppen aufgeteilt und denen eben, ich glaube das eine war Karotten gegeben in der Kontrollgruppe, dann gab es noch eine Gruppe, die hat eben Bohnen bekommen und die anderen irgendwie gar nichts oder so und dann haben die geschaut, ja wie verhalten sich die Blähungen, also berichten die Probanden über mehr Blähungen und am Anfang war es schon so, dass die Bohnengruppe, nenne ich sie jetzt mal, mehr Blähungen hatte, aber das ging nach ganz wenigen Wochen zurück, ich weiß jetzt auch nicht mehr, weil es zwei Jahre her ist, als ich das geschrieben habe, aber nach wenigen Wochen und bei mir war es auch so, also ich glaube nach in der dritten, vierten Woche oder so hat sich dann schon die Besserung eingestellt und da habe ich auch gesehen, ah okay, es gibt wohl einen Gewöhnungseffekt und dieser Spruch, jedes Böhnchen gibt sein Tönchen, habe ich gemerkt, der stimmt halt echt nur, wenn man irgendwie ein, zwei Mal im Jahr halt nur Bohnen isst, aber wenn man das regelmäßig macht, dann geht das, aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die vertragen Hülsenfrüchte jetzt nicht ganz so gut, aber da kann man ja auch ganz individuell vielleicht mit dem Ernährungstagebuch schauen, was vertrage ich, was nicht und dann isst man die halt eben nicht so oft. Ja und es gibt ja zum Glück noch viele andere Lebensmittel als Hülsenfrüchte. Absolut, ja. Ja, dann würde ich dich jetzt doch gerne nochmal fragen, gab es denn bei dir so rückblickend eine Sache, die bei dir so den richtigen Unterschied gemerkt hat, wo du sagst, das war es, dass es mir besser ging oder waren das einfach insgesamt verschiedene Dinge? Ich würde sehr gerne sagen, dass es eine Sache gab, die mir geholfen hat, aber das wäre dann gelogen und es gab leider nicht die eine Sache, die mir geholfen hat. Also ich glaube, im Gespräch jetzt hat man auch gemerkt, dass es eben viele Dinge gab und viele Dinge gibt, die man richtig machen kann und auch falsch machen kann und es war so ein Trial and Error. Ich habe ganz viel ausprobiert und habe ganz viel falsch gemacht. Ich habe auch echt die verschiedensten Diätformen probiert und Ernährungsformen und habe viele Rückschläge auch dann erlitten dadurch und irgendwann hat es dann halt quasi Klick gemacht. Ich würde rückblickend aber, um die Frage jetzt zu beantworten, sagen, dass die Arbeit an meiner Psyche ganz wichtig und entscheidend war. Also das war, würde ich für meinen Fall jetzt speziell sagen, das hat mindestens 50 Prozent ausgemacht. und der Rest war eben Ernährungsanpassung und Lifestyle. Also ganz klar weniger Sport machen, mehr Entspannung, was ja dann schon in die Richtung Psyche geht, aber auch an dieser Angst arbeiten, an dieser Hypochondrie und so arbeiten und dann eben die Ernährungsanpassung. Und da bei der Ernährungsanpassung würde ich sagen, das Ernährungstagebuch war für mich so der Game Changer, weil ich dann eben gesehen habe, was ich esse und was ich vertrage und was nicht. Und damit, und das ist halt auch der Hauptgrund, warum ich es immer wieder empfehle, damit kann man auch super zum Heilpraktiker, Arzt oder Ernährungsberater gehen und dem hilft das einfach. Wenn der, wenn die therapeutisch arbeitende Person eben sieht, okay, die Person, der Patient isst eben das und das und dann kann man viel leichter die Stellschrauben schon anpassen und sagen, lassen sie vielleicht mal die Laktose weg, kann sein, dass da irgendwas ist, kann man direkt einen Test machen und so weiter und so fort oder eben andere Dinge und da würde ich sagen, also Psyche und Ernährungstagebuch waren so die Grundpfeiler. Ja, ich bin um ehrlich zu sein sogar relativ froh, dass du dir jetzt diese Antwort gegeben hast, weil ich kann das auch von mir selber sagen, es gab nicht diese eine einzige Sache, sondern es war halt ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Dingen und ich glaube, viele glauben halt einfach immer, dass es vielleicht diese eine einzige Sache gibt, die da ein komplettes Leben verändert oder sie gehen zum Arzt und hoffen, dass da diese eine Pille gibt, die einfach alles, die Gesundheit transformiert und das ist es aber einfach nicht. Also es ist halt einfach so, dass Gesundheit etwas ganzheitlicher ist und man das auch selber in die Hand nehmen muss und gleichzeitig sollte man sowas aber auch vielleicht ein bisschen auch als Chance sehen, wieder zurück zu dem eigenen Körper zu finden und auch rauszufinden, was tut mir denn eigentlich gut und was nicht. Absolut. Also ich finde, ich finde gerade dieses Ding mit dem Tagebuch und dieses, es ist auch eine Chance, also klar, es gibt Krankheiten, die sind halt einfach scheiße, um es so auszudrücken, ja, und da braucht man sich auch nicht mehr so ganz viel toll schönzureden und so, aber gerade sowas in Anführungszeichen relativ harmloses, das kann man als Chance sehen, beispielsweise um mehr Achtsamkeit zu seinem Körper irgendwie wieder herzustellen und zu der Ernährung und in meinem Fall hat es ja schlussendlich dazu geführt, dass ich Ökotrophologie dann auch studiert habe, mich in dem Bereich Ernährung wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe, das Buch irgendwann schreiben konnte, anderen Menschen helfen konnte, also wenn ich E-Mails lese, die teilweise vier, fünf Seiten lang sind, wo mir Leute schreiben, wie sehr ihnen das Buch dann geholfen hat, das, also daran sieht man, dass man auch diese kleinen Rückschläge und diese, diese im ersten Moment negativ erscheinenden Dinge als Chance sehen sollte, weil man ansonsten auch daran kaputt gehen kann. Ich kenne auch echt viele Leute, die an so Sachen kaputt gehen und jahrelang, also wirklich in so einer krassen Negativ-Aura und Spirale und so weiter sind und deshalb ist das auch wichtig, was du angesprochen hast, also dass man das auch als Chance eben sieht. Ja, ich beobachte das halt irgendwie vor allem auch auf Social Media, dass ganz für junge Mädels oder auch junge Männer ganz oft nach, ja, anderen Leuten nacheifern und sehen, da hat irgendwie das geklappt oder die Person behauptet, dass das irgendwie jetzt das Wundermittel war und dann probiert man das irgendwie auch aus und ist man deprimiert, dass das irgendwie nicht geklappt hat und vergleicht sich und so und es gibt halt einfach nicht dieses eine Mittel und ja, deswegen, das ist halt einfach immer, finde ich, ganz schwierig. Wenn es so einfach wäre, dann, es gibt irgendwie so einen Spruch, also wenn alles irgendwie so einfach wäre, wie man es in Social Media sieht, dann wären wir alle Millionäre und hätten Sixpack, so nach dem Motto, sehr oberflächlich, aber ich glaube, du weißt, was ich damit meine und so ist es halt eben nicht. Ich würde auch nicht jedem Trend hinterherlaufen, nicht jedem Influencer hinterherlaufen, weil eben auch die, ich glaube, die wenigsten meinen es irgendwie böse oder haben irgendwie negativen Hintergedanken, aber man muss immer sehen, es ist sehr individuell, was dem einen hilft, schadet dem anderen womöglich oder hilft einfach nicht und gerade wenn es dann in Richtung so teure Produkte geht und so jetzt, um wieder den Bogen zu Blähungen und Verdauungsproblemen zu spannen, würde ich erst mal warten und erst mal die natürlichen Dinge ausprobieren, die vielleicht gar nichts kosten, wie Ernährung anpassen, Ernährungstagebuch führen, an der Atmung arbeiten, Kräuter und Gewürze sind ganz, ganz günstig. Also da kann man schon viel, viel machen. Jetzt würde ich am Schluss total gerne nochmal über dein Buch sprechen und zwar, was würdest du denn sagen, für wen ist das Buch geeignet und worum geht es da genau? Das Buch ist geeignet für all die, die ein Interesse am eigenen Verdauungstrakt haben und wissen wollen, warum pupse ich eigentlich? Weil das wird beschrieben im ersten Teil vor allem und dann ist es aber im ganz Speziellen für diejenigen, die ihre Verdauung optimieren wollen und die mehr oder weniger und häufiger oder seltener mal Blähungen haben und das ist eben echt, leider, jetzt für mich ist es eigentlich ganz gut, dass es so viele betrifft, weil ich eben ein Buch habe, wo es darum geht, aber leider betrifft es eben sehr, sehr viele und ich finde es immer wieder lustig, wenn ich auf irgendeiner Feier bin oder sonst was, neue Leute kennenlernen und dann kommt das irgendwie im Gespräch so, ach, du hast ja ein Buch geschrieben und wenn dann die Frage kommt, so worum geht es da und dann sage ich, ja, es geht um Blähungen und Reizdarm und so und dann kommt immer so ein interessantes Gespräch zustande, weil es ist so oft und das finde ich gerade, dass Frauen mir das dann sagen in dem Gespräch, weil es gibt ja dann doch so, es ist irgendwie eine komische Situation mit dem anderen Geschlechtern über sowas zu sprechen, aber gerade die sind dann so offen und sagen dann sehr, sehr oft, ach Mensch, das kenne ich, das Problem und das ist sehr interessant und das brauche ich unbedingt und da sehe ich halt immer wieder, es ist eben für sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, sinnvoll da mal reinzuschauen, wenn es halt einen betrifft, wenn man es nicht, wenn man jetzt keine Verdauungsprobleme hat und keine Blähungen, ja, kann man sich das Buch auch sparen und man kann sich vor allem freuen, dass man damit keine Probleme hat, aber ich glaube, alle anderen können ja mal reinschauen. Ja, ich kann es auch wirklich nur von Herzen empfehlen, also ich habe das Buch, ja, ich glaube, ich habe es jetzt schon zweimal gelesen und habe es auch immer bei mir irgendwo in der Nähe liegen, weil am Ende sind ja auch total schöne und leckere Rezepte drin, die ich auch schon ausprobiert habe und du beschreibst auch wirklich total toll, Schritt für Schritt nimmst du einen da mit, wie der Verdauungsapparat aufgebaut ist, wie, ja, was eigentlich Blähungen sind, was man dagegen tun kann und nimmst einen da so richtig schön an die Hand und vor allem finde ich auch so toll, also da will ich nochmal Respekt auch von dir, weil du gibst so offen und ehrlich einen Einblick in deine ganzen Geschichte und vielen Dank, schön, das freut mich. Es ist halt wirklich so, dass man sich da auch vielleicht ein bisschen wiedererkennen kann und auch so ein bisschen verstanden fühlt und ja, deswegen kann ich das Buch einfach von Herzen wirklich jedem empfehlen und ich werde auch den Link zu dem Buch in die Show Notes packen. Ja, und das Lustige ist, ich meine, das Buch, das heißt ja Das Pupstabu, also der Titel, der ist echt lustig. Ich hatte das dann auch damals auf meinem Schreibtisch liegen und ich glaube, eine Freundin oder sowas, die kam dann zu mir und die guckte dann so drauf und sagte so, ah, ist ja interessant, was du so liest. Ja, also wie gesagt, mit diesem Titel kommt man immer gut ins Gespräch rein. Ja, sehr schön. Ja, jetzt habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen an dich, die ich immer allen meinen Gästen stelle und zwar erstens, also hast du ein Lieblingsessen? Oh, oha, habe ich ein Lieblingsessen? Ich muss kurz überlegen, ist das schlimm, wenn ich jetzt kurz nachdenke? Nein, das ist gar nicht schlimm. Okay, was hast du denn? Was ist denn dein Lieblingsessen? Ja, mein Lieblingsessen? Ja, die Frage, die habe ich noch gar nicht zurückgestellt bekommen, finde ich aber total schön. Also mein Lieblingsessen, ich liebe tatsächlich Porridge, ich liebe Kürbissuppe, also ich liebe generell Suppen und ich liebe auch Curry, also alles, was irgendwie so warm und so ein bisschen matschig ist und ich liebe auch, gut, es ist kein Essen, aber ich liebe die goldene Milch oder eine heiße Schokolade, das mache ich total gerne. Dann würde ich jetzt nach dieser kurzen Bedenkzeit sagen, mein Lieblingsessen ist Feijoada, das ist das brasilianische Nationalgericht, das ist ein Bodeneintopf, der wird traditionell mit verschiedenen Fleischstücken gemacht und ja, bei mir ist es dann eben die fleischlose Alternative und dazu isst man oft Reis, also es sind schwarze Bohnen mit Gemüse drin eben und dazu gibt es dann Reis und Farrofa, das ist so ein, ich glaube es ist Mais, so ein Maismehl, das wird angebraten mit Zwiebeln, Knoblauchgewürzen, Kumin ist auch eine Tonne drin und das isst man dann vermischt und einfach mit manchmal noch so frischen Tomaten, so einem kleinen Tomatensalat dazu, ja, das ist so meine Lieblingsspeise. Das klingt total super, also das kenne ich noch gar nicht, aber das muss ich auf jeden Fall, merkt man auch mal ausprobieren. Ja. Ja, dann meine zweite Frage, ist, hast du einen Spruch oder ein Zitat, ja, muss es auch nicht unbedingt ein Zitat sein, aber irgendwas, das du gerne anderen Menschen weitergeben möchtest, was du selber, wonach du lebst oder was du in dein Leben integrierst, was dir vielleicht im Alltag hilft? Da gibt es tatsächlich was und zwar habe ich mir kürzlich ein Tattoo stechen lassen, ich habe das glaube ich noch nie so irgendwie erzählt irgendwo, aber da steht drauf, auch auf Portugiesisch, não deixe o marcing golee und das heißt, lass nicht zu, dass das Meer dich verschluckt und das erinnert mich immer daran, dass egal wie der Wellengang ist und egal wie aufbrausend die See, dass ich versuche eben über Wasser zu bleiben und mich nicht irgendwie runterziehen lasse davon. Ja, total schön, da ist auf jeden Fall total viel Wahres dran. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst. Wenn man jetzt sagt, das war alles irgendwie so spannend und so interessant, wo kann man dich denn finden? Also mich findet man in Form von Artikeln, die ich schreibe bei sattesache. sattesache.de ist ein Ernährungsportal, also ein Blog im Prinzip, da schreibe ich mit Laura, meiner Partnerin, über Ernährungsthemen und ansonsten findet man mich auch bei unterjanrein.de, da schreibe ich ab und zu sporadisch mal meine Gedanken über Social Media und die digitale Welt und mich selbst und irgendwas, was mich halt gerade interessiert und ab und zu bin ich auch Gast im Podcast meiner Freundin, sattesache heißt er eben. Ja, ansonsten das Buch und ja, und dann Instagram und so, da schaue ich halt echt selten rein, deshalb, also da gibt es mich auch, da finde ich auch irgendwie statt, aber es ist mehr so ein bisschen privat und, aber nichtsdestotrotz gibt es halt den Instagram-Account von sattesache auch, da teilen wir auch ab und zu Fotos und so und die Laura macht da glaube ich aktuell ein paar Produktverkostungen immer mal wieder, falls einen das interessiert, so irgendwelche pflanzlichen Neuheiten werden da verkostet und ja, das ist so die Online-Welt. Ja, super, das werde ich auf jeden Fall alles verlinken, aber jetzt erstmal vielen, vielen Dank an dich und deine Arbeit, an alles, was du machst, dass du damit so vielen Menschen hilfst, tausend Dank und vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst, alles gut an dich. Danke dir, Katharina, schön, dass ich hier sein durfte. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview gut gefallen hat, dass du ganz viele Tipps davon mitnehmen konntest, dass du einiges in deinen Alltag integrieren kannst und dass dir das langfristig zu einem beschwerdefreien Leben hilft. Ich habe dir auf jeden Fall alle Infos zu Jan und auch zu seinem Buch in die Show Notes verlinkt und schaue dich da gerne mal um. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine Bewertung da lässt und dann haben wir uns das nächste Mal wieder. Ich habe dich sehr, bis zum nächsten Mal.